Erklären Sie sich die überwältigen Erfolge der Deutschen gegen andere Mannschaften. Und hier hinten? Ja, Mann, ich hab's ja gespielt. Ja, jeder hat's gespielt. Irland, ich hab mit Irland immer gespielt, weil die die besten Torhüter hatten. Was auch immer jeder wusste, dass Kamerunen immer die krassesten Fauler sind. Die haben immer rot gekriegt. Die haben immer rot gekriegt? Die Afrikaner sind echt Raubeine. Sie sind berühmt, berüchtigt für ihre harte Spielweise. Weil die Spieler immer gut im Auge, bevor sie deine Spieler verletzen. Oder Irland hatte den besten Torwart, das wusste man auch. Ohne Anleitung. Die Abwehr der Irland ist fantastisch. Und der Torwart ist der Beste der Welt. Sein Spitzname Iron Curtain, übersetzt Eisener Vorhagen. Das ist so geil, diese Anleitung und diese Beschreibung. Bersi, wird dir alles klar? Ja, wird mir alles klar. Die rechte Kiste läuft hier. Wir sind gleich bei 90 Grad. 90 Grad? 90 Grad. Und es geht noch weiter. Ist das entspannt? Ja, nee, eigentlich nicht. 89 Grad. Es könnte ein bisschen kühler sein, oder? Ja, das können wir mal probieren, ob wir das hinkriegen. Soll man das mal machen? Ja, finde ich eine gute Idee. Dann probieren wir das doch mal. Bersi. Ja, also, auf geht's, ne? Ja. Rips da? Ja. Haben wir ja schon gesehen. Super Soccer-Anleitung. Hast du studiert jetzt? Stimmt, ich kenne die ja schon von Hause. Hast du jetzt studiert? Ähm, also, das hier ist unser Derivat. Ja, das ist die Asus R9 390, ja, 8 Gigabyte Grafikkarte, Hawaii-Chip, ein kleiner Hitzkopf. Und, ja, 90 Grad irgendwie im Overwatch-Zocken ist halt so ein bisschen grenzwertig. Ähm, auch wenn der Bersi sich anderweitig beholfen hat, aber es wird ja auch noch andere Spiele vielleicht in Zukunft für dich geben, eventuell. Wobei, allgemein muss man ja sagen, mit so einer Grafikkarte kann man ja fast nicht mehr spielen. Aber egal, wir machen es trotzdem. Ja? Ähm, und, äh, ich hab im Internet, hab ich halt so ein paar Dinger gesehen, wo halt, ähm, also, das Problem ist halt irgendwie das Kühldesign, dass diese Heatpipes nicht so richtig auf dem Chip aufliegen. Und im Internet hab ich dann in Foren gesehen, dass es da halt heiße Tipps gibt. Ich hab ja bei der Karte selber schon rumgefuhrwerkt, indem ich die Spannungswandler nochmal zusätzlich durch die Backplate gekühlt habe. Hm, die können wir ja vielleicht als erstes, ne, die kriegen wir gar nicht als erstes ab. Als erstes muss ich den Kühler abnehmen. Ähm, wir können ja schon mal anfangen, ne, ich zeig erstmal, was wir ja alles haben. Also, wir haben für die Heatpipe-Kirmes haben wir hier so einen kleinen Kupferblock von EK Waterblocks. Das ist eigentlich für Tahiti, für den Vorgänger-Chip, ähm, so ein Spacer. Und der soll halt dafür sorgen, dass wir besseren Kontakt zu den Heatpipes bekommen. Also, zu mehr Heatpipes direkt Kontakt bekommen. Den werden wir dann auf dem, ähm, auf dem eigentlichen Kern platzieren. Dann haben wir hier von Firmail Grizzly, ja, der Bauer, Roman Hartung, hallo. Ähm, haben wir so ein Pad, welches dann hier zwischen soll. Das könnte sogar gut passen mit seinen 3 Millimetern. Die gibt es nämlich sogar in richtig fetten 3 Millimetern. Ähm, das soll dann halt einheitlich für die Wärmeübertragung der Spannungswandler von der Rückseite an die Backplate dienen. Ja. Ähm, weil ich da ja so ein bisschen gemauschtelt habe. Da habe ich aber drei Pads übereinander gelegt oder so. Und das waren alles gebrauchte alte Pads. Und, ähm, ja, je nachdem, was wir hier vorne eventuell noch Pad-mäßig erneuern können, habe ich auch noch Firmail Pad von Arctic beschafft. So eine richtig schöne 14,5x14,5er Matte. Die können wir dann zurechtschneiden mit der tollen Verbandskastenschere. Und dann gibt es auch noch, ähm, eine Wärmeleitpaste, die laut PC Games Hardware Extreme User Test bei sehr hohen Temperaturen sehr, sehr gut funktionieren soll. Das ist die Master Gel Maker von Cooler Master. Wo ich drei Pakete von bestellt haben wollte und aus Versehen sechs bestellt habe. Also wir können jetzt kleckern, also. Ja, also schrauben wir erstmal hier los. Viel ist viel, ne? Viel ist viel. Ja, pass auf, pass auf, was du gleich siehst. Wegen dieser Heatpipe, weil die haben halt wirklich, die haben wirklich so Riefen auch dazwischen. Und da denkst du nur, okay, ja, dann soll da die Wärmeableitung direkt funktionieren. Da habe ich halt dann wirklich so viel Pasta drauf geklatscht, damit das einfach dicht ist. Und habe gesagt, ja, ist halt so jetzt. Ja, machst du nix, ist jetzt so. So, der Kühler an sich müsste theoretisch nur durch diese vier hier gehalten werden, aber... Was sind die anderen zwei? Wenn wir gleich... Ja, das frage ich mich auch gerade noch. Ich weiß nicht, ob das auch für die... Also ab müssen sie ja wohl so oder so, ne? Ab müssen sie so oder so. Das stimmt schon. Aber ich lege mir die mal gesondert. Das hier waren die für die GPU. Die haben nämlich andere Schraubenlänge. Ja, ja. So, durch die GPU. Hier so kleine, praktische Fastschälchen. So eine Halbschale. Wie war das bei deinem N64-Stick-Video mit der Spongebob-Schüssel? Ja, genau. Wo Wasser drin war und so. Ach, Magnet-Chatella könnte helfen. Ja, klar. Ja, so eine Malin-Schadenschale. Schraubenteller wäre nicht schlecht. Klong-Klong. Erste Schraube ab, gleich runter. Bewegt sich hier noch nichts, ne? Muss ich hier hinten den Käse noch lösen? Ich glaube, ja. Muss ich oder muss ich nicht? Warte mal, ich bin mir gerade... Oh, die hier noch, oder? Bin mir gerade unschlüssig. Die darf? Ne, ne, warte mal. So. Ach, das geht mit... Mit viel bitten und ein wenig Nachdruck verleihen. Hier war noch ein Firmel-Pad. Ja, die kleben so aneinander, ne? Ich glaube ja, warte mal. Die sind gern zusammen. Die sind sehr gern zusammen. Ah, ne, das ist nur so ein Klebestreifen. So. Also einmal hier. Einmal rausziehen den Lüfterstrom und die Beleuchtung. Zack. So. Gülpkörper, Grafikkarte. Ja, also ich habe die schon ein bisschen ertränkt. Ach, da hast du schon so ein Klebestreifen draufgepappt. Ne, ne, das ist einfach nur... Der war schon. Das ist nur Paste. Ne, ich meine der da. Der? Ja, das ist... Der war schon. Aber da dachte ich mir auch, den kann man ja vielleicht auch erneuern. Wenn das von der Dicke her hinkommt. Ach, der ist... Der gehört dazu, oder? Der gehört dazu. Das ist der Spannungswandler-Kühler-Teil, der hier integriert ist. Ja. Der hier. Der ist ja elementar. Weil die Spannungswandler werden halt... Neben dem eigentlichen Chip werden die mit Abstand am heißesten. Und die müssen gut gekühlt sein. Sind sie ja jetzt effektiv auch. Also ich habe das ja mit Vorher-Nachher auch getestet. Und mit der Temperaturpistole da rumgemacht und so. Und das hat ja auf jeden Fall was gebracht, diese Lösung. Und da sind wir in sehr unbedenklichen Temperaturregionen. Aber allgemein wäre es halt schon schön, wenn man irgendwie bei gleicher Leistung den Chip etwas kühler bekommt. Und dadurch leiser gekühlt. Also es läuft so. Aber ich dachte mir, Basteln ist immer cool. Den Leuten gefällt es. Und man muss ja auch so Mysterien aus Foren so... Oh, das hat bei mir 10 Grad gebracht. Muss man halt auf den Grund gehen. Bringt es wirklich 10 Grad. So, das hier ist Hawaii. Irgendwie einer der geilsten Chips noch von denen. So, guck mal. Dann hätten wir so auf jeden Fall ein bisschen die Fläche von ihm vergrößert. Ja. If you know what I mean. Wir zeigen jetzt das Gegenstück. Mehr Auflagefläche, gleich bessere Kühlleitung. Genau. Weil Kupfer leitet ja wie die Sau. Und hier hast du deine platt gedrückten Heatpipes. Eins, zwei, drei, vier, fünf sogar. Ja. Und wie viele haben Kontakt? Zweieinhalb vielleicht. Hm. Weißt du? Man kann es schwer erkennen, aber ja. Hier ist das Package. Und das ist halt... Und dann hast du da noch die Riefen drin. Das ist eine Katastrophe. Das ist halt echt schade. Müssen wir mal gucken, wie wir das... Wie wir das ermitteln, ermitteln. Aber das kriegen wir schon hin. So, das ist erstmal sauer machen. Wir fangen aber erstmal... mit der Backplate an, würde ich sagen. Und dann machen wir hier nachher weiter. So, also. Einmal Backplate lösen. Das geht dann von der Seite. Hast du bei der Backplate auch noch was gemacht? Oder war es bei der 87? Doch, doch. Hier bei der Backplate habe ich ja auch... im Prinzip ein Stück ja... von diesem Kunststoff, der da... vor Kurzschlüssen schützen soll. Genau. Den habe ich herausgeschnitten. Ja, genau. Dann habe ich da auch so ein Thermalpad dazwischen gemacht. Damit halt die Spannungswandler auch von hinten ein bisschen... die Wärme einfach abgeben können. Was wir ja gerade gefühlt haben, als wir die Karte rausgeholt haben aus dem System. Habe ich die jedem mal hier in die Hand gedrückt. Und dann wollten wir erstmal Eier aufschlagen. Aber hatten wir irgendwie nicht zur Hand. Weil das ist ja gerade Skandal. Wir müssen hier vorne noch raus. Wahrscheinlich. Und ich glaube, das muss ich auch lösen. So, eins und zwei. Hat einige schöne Schräubkes. Also Backside. Das ist halt, was ich halt schade finde allgemein, dass der Ramm gar nicht gekühlt wird. Ich meine, das funktioniert, ne. Aber das ist halt überhaupt nicht berücksichtigt bei dem Kühldesign. Und irgendwie ist es auch so verschenkter Platz. Ja, nur... Hier, wenn du das ja... Weiß nicht. Hier? Aber das lässt sich halt nicht vereinbaren, ne. Hier sind ja auch die Bauteile drauf und so. Und dafür hast du halt diese dicken Heatpipes. Die schinden halt so ein bisschen Eindruck. Aber irgendwie ist halt der Kühlkörper von seiner Gesamtfläche zu klein. Beziehungsweise... Ich meine, der hier bekommt gut Hitze ab, ne. Der auf jeden Fall. Und der Bereich hier auch. So, aber der Teil hier zum Beispiel schon mal gar nicht. Weil die liegt garantiert nie auf. Die wird jetzt auch nicht aufliegen. Das hier wird halt auch kompliziert, ne. Aber viel elementarer finde ich eigentlich den hier, der hier hingeht. Ja, dass hier die Hitze hin abgegeben wird. Oh, also das kann schon was bringen. Ich bin sehr gespannt. So. Jetzt einmal Backplate. Ich hab natürlich auch ein bisschen. Ja, guck mal, hier hab ich die... Ach ja, ich hab den Bereich gekühlt und den Bereich. Stimmt. Ich hatte da die Dinger aufgelegt. Das sind auch die Rückseiten von diesen... Komischen, ne. Guck mal, die sind halb zerbröselt und weiß der Geier was. So. Die können wir dann mal auf Seite tun. Die können dann weg. Weg. So. Ist das echt nur der Bereich hier? So. Von da bis da. Bauen die einfach mal so ein. Von Loch bis Loch. Einfach mal so einbauen. Ja, dann läuft sie nicht so lang. Das hat die PC Games Hardware Extreme mal gemacht. Geil, dann kannst du drei Stück... Machst du vorne das Ding flacher, dann kannst du drei nebeneinander bauen. Kannst du mir eine der vollen Pullen von dem 2-Propanol geben? Brauchst du jetzt noch? Voll genug? Die ist nicht voll genug. Dann mach die doch erstmal leer. Dann kann die in den Müll. Ja, aber mit dem Q-Tip komme ich da nicht so gut rein. Die kommen ja nicht in den Müll. Die wird ja nachgefüllt. Da oben steht ja die dicke Pulle. Ach so. Die Bromart-Pulle. Aus dem Bromart. Hier mal ein bisschen sauber. Hat die dir auch der Bromart geschickt? Die Pulle? Ja. Ja, die Pulle, ja. Dicke Vorratspulle. Genau wie die Kleenex-Tücher. Braucht bald wieder welche. Ich mach so gern mit Wärmeleitpaste rum. Ja, guck mal. Und hier hab ich dann drei Stück übereinander gelegt. Diesen Mumpitz an. So. Viel hilft viel. Einfach nur so einzelne. Ja, es funktioniert halt, aber. Ist halt, glaube ich, schon cooler mit so einem richtigen Pad. Ja. So. Das legen wir auch auf die Seite. Mit so einem richtigen Pad. Mit so einem richtigen Pad. Hey, Pad. Hey, Pad. How's it going, Pad? Alright. So. Sauber machen. Ja. Jetzt brauchen wir. Hier. Moment, lass mal gucken. Wire-Rischtisch. Kommt so wieder drauf. Gut. Also hier direkte Wärm-Rückseite. Und da müssen wir nicht so viel Abstand überbrücken. Dann nehmen wir dann unser blaues. Blau, blau, blau. So, gucken wir mal wieder hier. Das ist ein bisschen zu lang. So, auf der Länge reicht's eigentlich. Von der Brite her ist auch geil. Dann schneiden wir's ab. Oh, das gute Thermal-Grizzly. Schnitt. Schnittmenge. Die fühlen sich auch so kühl an, die Dinger. Und jetzt einfach so Knetmasse, ne? So, wie so Fimo. Ja, wie ist denn die? Fritt. Fritt. Wow, ist das auch. Fritt Edbear. Dann rät's ihm doch richtig gut. Ja. Oh Mann ey. Oder soll ich's lieber hier machen? Komm, wir machen's da. Haben wir daneben dann überhaupt noch Platz? Gar nicht. Warte mal. Scheiße. Ey, es bappt schon ein bisschen. Links nochmal auf Seite. Nein! Oh Mann! Mann, kann denn nicht mal was perfekt sein hier? Ähm. Noch einmal bitte Cuttermesser. Katamaran. Wo hast du denn den Katamaran? Ist es da nicht drin? Schwarz. Schwarz? Das? Nee, das ist kein Katamaran. Das? Nein! Da ist kein Katamaran. Gleich in der zweiten Schublade? Oh! Nee? Das liegt doch da neben der Maus. Ja, dann nimm das mal neben der Maus da. Hab ich doch gesagt. Das muss man hier alleine machen. Alles muss man... Alleine machen lassen. Oh, oh, oh. Do it to service, Audi. Lass das hier mal einen anderen machen. Noch ein bisschen Plastik wegnehmen. Ja, weil der ist so bright. Und das Pad jetzt irgendwie abschneiden dahingehend, das bringt ja überhaupt nichts. Was würdest du denn so schmales Verwurschteln da? Da hab ich keinen Verwendungszweck für. Blödmann. wie beim verletzten er hat noch im daumen oder gemacht oder eine grafikkarte finden das ist auch so ein geiles spiel und die leute die leute die ganze zeit am boden reiern man am geilsten wäre es eigentlich wenn du wirklich so einen richtigen kühlkörper darauf zimmern würde es oder so machen wir irgendwann ist auch gut so also das passt auch hier zwischen ja passt gut dann kommst du dahin ein stück noch measure twice cut once ja ja das war so gut raiden irgendwas muss ich ja gut können so eine arm die raiden realtec ist mein favorit was aber genau vom abstand her sehr schön kann so richtig under pressure sein ist jetzt noch so eine folie drauf oder was also immer die folie abmachen sehr gut so ja folie abmachen ganz wichtig jetzt gucken wir hier die blaue bedrohung die direkte knete auf die komponenten müsste ja ähnlich ausgebaut sein ich hab sie noch nicht draußen gehabt ja doppelfolie die sind nicht ganz so dick aber die dinger hier haben ja eh eine gewisse höhe was hatte ich denn da vorher drauf die hier nur ne die schwatten ne die schwatten die schwatten sind dünner als das was das hier ist okay die hatten ja auch kontakt also das ist schon okay so dann das von der höhe her ja identisch interessanterweise eigentlich ja und dann einfach daneben so dass diese kleinen dinger so heiß werden könnte die kleinen dinger ja die müssen halt irgendwie irgendwas übersetzen ich weiß auch nicht scheiße ich sehe es hier be bright soll mal jemand be right ruhig bis da be right be quiet verbauen die netzteile von halt die bastelstunde mit cracky ja heute wird mal geschnitten wenn am ende nicht 10 grad bei rauskommt wird das ein hampelmännchen Wärmeleit Wärmemännchen ja Wärmemännchen Kupferstern das macht Spaß so ein Kupferstern dazwischen machen das ist ja für mich auch was ganz Neues mit wirklich frischen Wärmeleitpads zu arbeiten voll cool wow Weltneuheit ja die Wärmeleitfähigkeit ist übrigens echt nicht schlecht wenn man das so in der Theorie sieht die macht die Wärmeleitpaste macht irgendwie die 11W Schrägstrich MK was auch immer das bedeutet genau die macht jetzt 6 und dieses Minus Pad hier hat eine Wärmeleitfähigkeit von 8 und ja so betrachtet so aber trotzdem nicht für CPUs geeignet weil zu fett wahrscheinlich aber für sowas perfekt als für RAM oder so so schön daneben so oh kommt ein bisschen was ab okay lay down da 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 na na wenn das was wird du dann weiß ich auch nicht das sieht das super aus das sieht super aus super so Backlade wieder drauf bitte nicht umfahren ist das richtig das ist richtig das sieht richtig aus ne die Löcher übereinstimmt aus so da ist Luft die werden keinen Kontakt kriegen wir legen einen zweiten blauen drauf so auch weil der andere zu dick ist wir bauen uns noch einen ja ja wir bauen uns noch einen blauen das ist kein Problem das geht aber wenn das dann unterschiedliche Typen sind gebraucht abgenudelt mit mit Zacken drin neuste Geier war es halt schon irgendwie irgendwie doof ähm so breit in etwa ja schnipp schnapp birne ab was macht man mit mit abgelaufenen verbandskästen ne man nimmt die Schere raus und gibt den Kindern den Rest den Rest ja man gibt den Kindern den Rest hier wickel deine Schwester mal in den Mundbinden ein gut gemacht mein Sohn könnt ihr Mumie spielen oder so genau ihr wisst ja Mumien sprechen nicht ja das ist Brandon Frazier guck mal jetzt haben wir doch die gleiche dicke fast diese Chips sind tendenziell einen ähnlich ähnlich sehr ähnlich aber der Anpressdruck wird es machen so das quetscht sich rein das quetscht das das wäscht sich wieder raus ja so Versuch Nummer 2 geil geil Rahm geil ja 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 mein ich ja mein ich oder mein ich nicht weiß ich nicht über meint meinst du eigentlich meine ich nicht dann ist ja gut sollte man noch nicht machen ist zu viel strom ist zu viel strom versucht man versucht man lieber mit so einer karte noch zu spielen ja völlig aber du musst jetzt steinzeitlich ist jetzt noch mal vor augen halten du hast vor drei jahren hat gesagt ich möchte lieber grün und das ist bis auf vier gigabyte bildspeicher ist die leistung die du zu dem zeitpunkt als du grün gekauft hast für 40 euro weniger bekommen hättest ja verständlich was ich gesagt habe ja ja es ist ja nicht gesagt dass es immer so ist ja jetzt ist jetzt ist eric wega raus und ist halt irgendwie nicht so geil was die leistung angeht vielleicht sieht es in zwei jahren halt ähnlich aus dass dann auf einmal die karte die jetzt mit der gtx 1070 konkurriert so schnell ist wie die 1080 zu dem zeitpunkt ja aber das ist ja dieses diese gelaber von radian fine wine technology die grafikkarte reift gut bei dir zu hause die reift gut ja das ist so sagen die ja die wird immer besser die wird immer besser mit der zeit ich meine der rip hat die auch gebraucht gekauft der hat ja auch eine 2 90er und ja läuft bei eben also schon aber man kann mit der nicht mehr spielen also ist schon okay also ich verstehe das also alles unter 1080 ist halt also ich bin mit der mit der grafikkarte bin ich an sich zufrieden womit ich nicht zufrieden bin ist die software von amd ja ja echt mit dem relive oder was ja bei mir läuft es nur bei bei dir nicht bei mettes nicht jetzt ist es also keine ahnung dass dieses dieses zurück aufnehmen von muss ich dir das noch mal zeigen ja vielleicht ein guide geben wahrscheinlich vielleicht ist es einfach ein eine tastenkombination drücken ist vielleicht zu schwer für mich ich weiß es nicht aber das sieht gut aus schaut gar nicht mal so gut damit bin ich zufrieden und wenn ich du kannst ja selbst frames limitieren wie viel du das gedrosselt haben willst ja das kannst du zu einstellen das profil aber das funktioniert scheinbar nur im vollbildmodus nicht irgendwie im bündow borderless window modus und du musst das programm dann auch noch aus der amd app heraus starten kannst du nicht wenn das normal stattdessen akzeptiert das profil nicht okay ist irgendwie sehr merkwürdig okay ich meine also es sieht gut aus ich hoffe da kommt noch genug pressure wo ist denn das sieht man denn es warte mal ein bisschen mit dem licht ja sieht doch gut aus die liegen doch beide auf ja wir wollen uns jetzt natürlich noch so ein bisschen muss mal gucken dass wir nachher auch die die karte noch wieder festgeschraubt bekommen berühren die sich jetzt kann irgendwas passieren dass die dann wärme an sich selbst abgeben ach so eigentlich nicht so gut nein das kann ich mir eigentlich vorstellen dass da groß was passiert das ist ja in ordnung so machen wir hier auch neue oder wenn die beide kontakt an die backwelt haben warum sollten warum also ja warum kommt ja auch das gleiche bei raus dann also ja letzten endes irgendwo haben wir sollen wir den auch neu machen ja den alten schrebbler hier ja wird laufen so how long is it it's a bit longer a longa so einmal da how bright is it eigentlich bin ich ja immer so einer der chronisch schief schneidet ich habe ja noch eine zu hause das war's wie bei mir wo die schraube kaputt war mit der feder gedreht 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 bisschen gedreht leicht unter spannung okay so lassen wir es jetzt aber die läuft die ist ja jetzt in dem trooper drinnen ja ja läuft der habe ich auch schon öfters das sind die die kleinen hier das sind die übeltäter die dinger hier der trooper geht noch auf lan die werden richtig heiß den habe ich einem laptop user ausgeliehen damit er den mit auf lan nehmen kann der trooper wo das zusammenbau video zweieinhalb stunden gedauert hat weil der lc power cooler so gigantisch ist und das so kompakt und wo mein aufnahmematerial gesponnen hat also da gibt es leider jetzt mal so für alle insider die mich seit jeher verfolgen oder uns natürlich daher gibt es das zusammenbau video nicht weil die aufnahme rum gespackt hat in dem moment und das mir auch zu lange war mir war das echt zu mühselig das nachzubearbeiten so einmal das schmutz so ich bin der gelb ich mache weiße karten grafikkarten schmutzig merkte man auto das hat den spitznamen gelb das war so ein anders gelbe aqua sah der sah aus wie so eine verrauchte gardine super der gelb it's a bit too long aber der war geil wie war dein spruch noch so mein spruch ne hier vom berzi da müssen aber keine zwei drauf ne der ist ungefähr genauso dick meinst du weiß ich nicht meine meine doch dann wäre es ja fast intelligent gewesen den als schablonen zu nehmen direkt was weiß ich schon du hast n 64 pet wieder frisch gemacht das war ein bisschen dicker dann glaube ich aber der anpressdruck ist ja da hat schon klappt mit den schrauben die machen das drücken das rein drücken das rein ein stück zu lang das erste n 64 pet das ich repariert habe drei stunden gedauert ja oder noch lustig und natürlich ist die erste grafikkarte die man dann so noch mal verändert dauert natürlich auch ein bisschen so hier schneide ich auch noch was ab sind so ein problem mit der schraube die schraube zu heiß kriegt vielleicht nicht gescheit rein wenn ihr verkantet da ja ja schon dem gewinne soll ja ordentlich sein wir machen es ist ja kein frisch am bau soll ja dann fertig sein so schön gut das auch mal frisch romas ok jetzt brauche ich eure unterstützung jetzt wollte ich mich gerade mal fragen wie man an der stelle sind wie man kriegt man jetzt diese kupferplatte ich meine die die babbt ja mit wärmeleitpaste fest ab die ein bisschen ja die babbt ja fest also wahrscheinlich mache ich die als erstes auf den drei ne ja würde ich auch sagen oder ja die als erstes auf den drei und dann wärmeleitpaste ruf dann platine dann nochmal wärmeleitpaste dann eine scheibe blättenkäse und dann ja salat käse fleisch da krieg ich direkt hunger scheiße haben wir nicht erst gefrühstückt haben wir ja unten sind noch brötchen ne von den netten leuten falsche tüte gekriegt ne das ist geil ja meine frau hat brötchen geholt und dann kommst du an ja ich hab die falschen brötchen ich so was ja damals meine tüte genommen und dann voll voll das geschäft gemacht croissants drin und offenbar so körnerbrötchen und so nur der geile leckere scheiße ja also echt gut ja schon nicht schlecht so achso wo war das denn hier nein wenn das übrig bleibt ist das war nicht so witt das war dazwischen ne ja das war oder davor war das noch damit dazwischen anhalten im video gucken so sieht es auf jeden fall richtig aus irgendwie aber das war noch nicht dazwischen oder du musst halt gucken wie sich das hier vorne mit den dingern deckt ja schraubst du guckst du wie das hier vorne mit den zwei sich deckt ob das dazwischen muss oder ob das obendrauf muss aber kann auch gut sein dass es dazwischen war glaube ich glaube auch so für die stabilität nach hinten raus und die leute vor fünf minuten schon im video oh mein gott du hast das zwischenteil vergessen oh man ja du hast das zwischenteil vergessen oh der idiot jetzt muss das wieder alles auseinanderschrauben und schneiden gleich mal kommentarschreiben läuft der kandidat ne ja soweit so gut bei mir läuft noch mein rechner läuft noch hinten im stresstest ja dem rip sein rechner läuft noch im stresstest wir haben die wir haben den bügel drin also er musste tatsächlich zwischen backplate und grafischkarte ja so wir putzen noch mal die chip ja gut sind noch mal die seite da so die müll wegschmeißen das kalte meister gerät raus Master Geal! Master Maker Geal! Look out! It's gotta get cold! Jetzt nehmen wir uns den Eiskaffee Löffel Verteilen das hier Echt zu wenig Ja guck! Geht ja nur darum, dass die Wärmeübertragung steht Ich krieg's ja überall flächendeckend Drüber Auf das Silizium Das belichtete Silizium Das ist sowieso so crazy, dass die dann so Masken machen und dann wird der UV drauf geballert in so speziellen Wellen und schon hast du auf einmal da Millionen Transistoren drin Ja Das ist so Out of this world Das sieht sehr gut aus Ich muss auf jeden Fall selber loben So Das sieht zum Reinlegen aus Zum Reinlegen Ja Einfach mittig drauf, ne? Oder so? Sieht man dann abdruck, wo der Feuer war? Ja, ein bisschen, ne? Das ist diese helle Schraffierung, so hier unten war der ja, ne? Ja, ganz abdecken kannst du nicht Aber ob man's vielleicht so sogar macht? Ja, deswegen, ja, ob man Ja, wir decken den Chip ab Machen wir's so, ne? Dann geht's in alle Richtungen Ja Weil, vielleicht hast du da noch Glück und riffst Die eine Heatpark ein bisschen mehr Spread the word Scheiße, wir decken's nicht ganz ab Oder doch gerade machen Ja, doch gerade Wir drehen einmal Wir haben auch gleich die Paste noch ein bisschen besser verschmiert So So, wir haben den Chip vergrößert, sozusagen Mhm Wehe, das funktioniert nicht, du, 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 du Forum-Member Zehn Grad, nicht weniger Der hat ausdrücklich das Ding benutzt Ich dachte mir auch, okay, bestellst du bei einem, ähm, bei einem, äh, ne? Bei einem Kupferlieferanten deines Vertrauens bestellst du halt so ein Stück, was ganz dünn ist Ja Dann ist das vorher aus Man könnte, es ist nur ein bisschen verschenktes Potenzial, man sieht das, ne? Mhm Aber so ist schon, denke ich, ganz cool Auf jeden Fall etwas größer Das wird ihm bestimmt da mit dran So Jetzt passt du da drauf oder da drauf? Eigentlich eher da drauf, ne? Und dann draufsetzen Weil da könnte ich die Riefen gleich wieder füllen Ja Ich würde da halt vielleicht Gucken, dass du da die Riefen zukriegst und dann Da noch ein Klecks in die Mitte Ja Der sich dann verteilt Ja Aber Ich meine, die Paste ist ja nicht leitend Also, dass diese Transistoren hier auch in alter Paste schwimmen, das ist alles Hupe Das ist alles egal Das ist Annette Hupe Boah, ihr kriegt so gut nach Essen Das ist Annette Humpe Oh ja Krieg's Ohohohohoho Meine Güte Den Sonntagsbraten schon Samstag, ne? Allein wie die Riesendinger da Das ist unglaublich So So Where is the Paste? Hard camera work Gut, dass der Hindeck nicht da ist Der Hindeck und ich sind immer die Verfressensten Ja, seid ihr das? So Hier mal ein Tröpfchen drauf So Up Langt 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 So Und jetzt hier Ja, das mit diesen Ritzen ist wirklich schon ein bisschen blöd Ja Dass das nicht so geformt ist, dass man Dass das dann später mit dem Abschleifen alles zu ist Ja Nicht schön Nicht so schön Asus Oder you doing Ich glaube aber so sieht es dann ganz gut aus, ne? Ja Ja Hauptsache die ist klar ein bisschen Plan Jo Der Rest kommt von da Perfekt So Dann Jetzt wird es ein Gefriemel mit dem Stecker, ne? Ne, war schon richtig Und jetzt so rum über Kopf Genau Geht aber einigermaßen, ne? Ja, ja Ist doch genug Zack, zack Beleuchtung Sagst du sogar, dass sie das da innen mit Steckern verlängern? Ja Wieso machen die das, wieso designen die das nicht? Ach, dies können wir noch, dies können wir noch putzen hier Will das mal jemand putzen? Hast du noch ein frisches oder geht das noch? Ja, ich hab noch ein frisches Das ist ein orthopädischer Eingriff, meine Damen und Herren Es ist ähm sehr spannend Dankeschön Vorsicht bei der Pasta hin Ja Wunderbar Durchgewicht einmal Wieder alles und wieder weggewicht Ja Oh endlich, sauber Warte mal Warte mal Jetzt ist das von der So Was ist das? Landung Willst du hier gucken, hier unten? Landung Calrissian Da sind wir Wo ist er denn? Hier Der hat irgendwie nicht ganz Kontakt Der sitzt irgendwo auf Der Ja Guck mal drunter Der hängt da Links ist der in der Luft Oh ja Aber wo ist es der auf? Habs jetzt nicht gesehen Schwer zu filmen, ne? Im Auge sieht man es ein bisschen Wo ist es der auf? Der ist doch überall frei Mal gucken mal Vielleicht ist das blaue da doch ein bisschen zu dick hier Dass das ein bisschen zu dick ist, ja Warte mal, die Schrauben packen ja schon Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt die Platte ist oder ob man da Durch gucken kann Ich ziehe jetzt erstmal nur ein bisschen an Und dann hinten bei den Spannungswandern auch noch Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an in Ruhe Ach f*** Ja? Ha 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 Trommi, du bist wie eine der franzige Mädchen Okay, wir haben unser Movie-Bild Für mehr entspannte Grafikkarten, der Frau Violi Wie war das Spannung? Die Gewinde sind auf jeden Fall alle lang genug und so, weißt du? Das ist schon mal Wenn die schon mal packen, ist das schon Ja gut, die haben ja extra die Feder Ja Dass du quasi den Kopf theoretisch gar nicht anlegen musst An die Backblade Und trotzdem hat dein Gewinde Vorspannung Also du kannst quasi Theoretisch kannst du dir auch in Anführungszeichen lose anschrauben Halb rein nur Das sieht jetzt aber gut aus Das sieht doch gerade aus Ähm So So Lass mal Mal Bisschen ran da Fokus bitte Muss man nie Wir brauchen Licht dahinter Warte mal So hoch das sieht gut aus kein licht oder das sieht auch gerade aus ich bin krass gespannt nichts überdrehen dann sind 10 euro für so eine platte ganz gut dann sind 10 euro für so eine platte ganz cool um aus einem kühler der halt leider so ein halbes fehlkonstrukt ist ich meine die backplate ist jetzt ein bisschen gebogen aber scheiß auf die backplate ja das ist super hauptsache so spannungswandel haben auch hier anpressdruck sieht man die blauen dinger da so das ist auch on press und dann auf der rückseite halt auch beide module direkt mit der backplate maximale wärmeabgabe hier sehe ich man sieht halt hier die paste ist doch schlimm ja eigentlich nicht sieht gerade aus funktionieren dass jetzt ein bisschen abstand zwischen dem package natürlich ist und dem ist ja klar wegen der platte wir probieren es cut liebe freunde wir hatten gerade ein bisschen puls wir hatten zuerst kein bild jetzt haben wir wild und zeigt mal kurz den afterburner bitte also wärmeübertragung findet schon mal statt 30 grad im idle 33 grad ohne lüfter aktivität meine hand zittert und jetzt zockt der bär und jetzt zockt der bär sich sein lieblingsspiel mit fbs des todes ja so 15 20 minuten und dann gucken wir mal was die temperaturen sagen wir haben die lüfter kurve quasi komplett auf den standard gelassen das heißt die der lüfter selber auf der karte der dreht bis 60 grad erstmal gar nicht also erwarten wir keine wunder aber ich sag's nur so 5 grad wären ja schon mal ein anfang ich bin gespannt ob das wirklich so krass was bringt bring a ling ding dong wir werden sehen ja wir werden sehen also es sind gleiche bedingungen vielleicht ist die raumtemperatur um 2 grad gestiegen seitdem aber ansonsten bitte nicht wieder 90 nee nee vor allem der ist eben von 88 auf 87 runter gesprungen von 88 auf 87 der war eben kurz auf 88 und ist wieder runter auf 87 80 ja was hast du gestern 90 92 hatten wir zweimal einmal 90 einmal 92 ich kann nicht so einfach schon 92 oder auf jeden fall haben wir jetzt also wir haben ein ergebnis wir haben jetzt selda 20 minuten langen overwatch in der test range in der test range bei maximaler gpu auslastung gefeuert und ja jetzt bewegen wir uns natürlich gerade auf die 88 87 88 grad zu und vorher waren wir halt so bei 89 90 gestern abend auch bei 90 gestern pass mal auf man muss ja sehen die grafikkarte hat ein temperaturziel ja und ein temperaturziel nicht heißer zu werden wie 90 grad ja so darum hast du gestern abend gut da war es hier drin auch ein bisschen wärmer ja ähm hattest du ja 90 grad 91 grad als temperatur genau und das kannst du einmal kurz zeigen vielleicht ja können wir es hier auch gleich einfach festhalten und aber 2400 umdrehungen ja auf dem ähm lüfter ja genau und jetzt sind wir bei 7 er hält es jetzt bei 87 80 es ist ein bisschen kühler im raum vielleicht aber bei unter 2000 umdrehungen ja man hört die grafikkarte immer noch ähm rauschen aber die kühlleistung wurde auf jeden fall verbessert also wir haben jetzt das optimale aus diesem schinken geholt und so gut wie es geht ohne vacu ich bin zufrieden dass ich nichts zerstört habe so ripsacht winkel zum abschied winkel zum abschied war toll war toll ja super Freunde des guten Geschmacks wieder meinen Nachtrag wir haben gerade festgestellt das was hier am brüllen war ist das Netzteil das ist gar nicht die grafikkarte das Netzteil schreit hab ich auch noch nicht erlebt das Netzteil schreit jetzt ist es schon gerade leiser geworden weil ich den Rechner mal angehoben habe aber das Phänomen muss ich ganz ehrlich sagen hatte ich damals auch als ich auf die R992 gegangen bin und ich meine 650 XFX hatte wie kann man das denn umgeben? mit einem komplett neuen Rechner? mit einem komplett neuen Rechner ich hab doch eine Idee Aufmerksame Zuseher werden jetzt natürlich feststellen dass wir Bersis PC ja umgebaut haben auf Ryzen wir haben das Netzteil umgedreht und letzten Endes ist auch die Radion dort wieder drin gelandet nicht wie auf dem Bild hier zu sehen die MSI GTX 1070 welche wir nur für Testzwecke bekommen haben wir haben die Grafikkarte dann aber noch zusätzlich optimiert das haben wir jetzt nicht weiter auf Video festgehalten wir haben das für uns getestet ausprobiert das basierte im Prinzip auch auf diesem Forenbeitrag auf welchem dieser komplette Umbau begründet jetzt könnte man pauschal natürlich sagen naja 2 Grad und ein paar weniger Lüfterumdrehungen ist jetzt nicht der Arbeit wert allerdings in Kombination mit einer zusätzlichen Spannungsreduzierung welche wir dann vorgenommen haben über den MSI Afterburner von 30 Millivolt haben wir es jetzt tatsächlich hinbekommen dass die Grafikkarte nicht heißer wird als 81 Grad Celsius mit der Standard Lüfterkurve während des Overwatch Zockens ohne Frame Limitation also Mission geglückt langes Video hier am Ende und vielleicht habt ihr ja auch noch so ein Kärtchen da meiner Meinung nach lohnt sich der kleine Eingriff auf jeden Fall bis demnächst bis demnächst also ein Provinz bei der bis demnächst